Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video und heute stelle ich dir ein neues Projekt vor, welches in den Startlöchern steht und zwar UpTota. Vielleicht hast du ja schon von dem Projekt gehört und ja, was ist UpTota überhaupt, was kannst du damit machen und worauf zielt das ganze Projekt ab, erkläre ich dir in diesem Video. Falls neu auf diesem Kanal bist, hier dreht sich alles rund um Kryptowährungen, Projekte, in die ich investiere, die mich interessieren, werde ich hier auf dem Kanal behandeln. Und ja, falls du Teil dieser Reise werden möchtest, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und ja, was ist UpTota überhaupt, stellt jetzt der Schnarch nur hier heute einfach wieder ein neues Exchange vor, sozusagen aber mit, ja, noch viel in der Hinterhand, was andere Exchanges nicht zu bieten haben. Und zwar spezialisiert sich UpTota auf den afrikanischen Markt und wie wir hier schon auf der Startseite von UpTota sehen, in Afrika haben wir 85% von der Bevölkerung Afrikas Mobile Users. Sprich, die haben Mobiltelefon und was dann natürlich noch sehr interessant ist, 65% von der afrikanischen Bevölkerung haben keinen Bankaccount. Und da könnte UpTota ins Spiel kommen, wenn wir uns jetzt mal die afrikanische Bevölkerung anschauen, sorry, dass das Ganze jetzt gerade so hell wurde. 18,56% von der ganzen Weltbevölkerung ist Afrika und 65% von diesen Leuten haben keinen Bankaccount, sprich keine Chance in beispielsweise Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Und dann kommt UpTota ins Spiel. Wir hatten schon Exchanges, welche in Afrika agiert haben. Viele davon stehen jetzt vor Gericht, weil sie halt die Lizenz nicht haben und UpTota ist da in sehr, sehr guten Verhandlungen, wie ich gehört habe, um, ja, lizenziert dann in Afrika zu agieren. Und das Ganze ist halt etwas, was wir bislang nicht hatten. Das Ganze birgt natürlich sehr viele Chancen, ähm, natürlich solche neue Projekte, solche neuen Projekte haben natürlich auch immer ihre Schattenseiten, weil man nie weiß, okay, wie kommt das Ganze? Wir haben momentan Versprechungen, also Versprechungen beispielsweise, ähm, wir wissen ja nicht, ähm, ja, was alles gelingt. Aber wie ich, ja, erfahren habe, ist UpTota auch sehr, sehr transparent, geht mit Fehlern um, geht mit positiven Sachen um. Und das Ganze finde ich sehr, sehr cool, wenn so ein Projekt, welches auch in Startlöchern ist, schon von Anfang an transparent ist. Ich glaube, wir haben sehr viele Exchanges, Krypto-Projekte, wo wir halt sehr, sehr wenig Transparenz haben, sowieso, weil wir im Kryptomarkt sind. Und leider Gottes haben wir im Kryptomarkt sehr viele Scamprojekte. Weshalb ich denke, dass UpTota da ein Vorzeigebeispiel ist, dass man schon als neues Projekt da sehr viel Transparenz zeigen kann. Und, ähm, ja, einfach mal vorab gemerkt, wir haben momentan auch das ICO, sprich, wenn du da ein Pre-Sale-Token holen möchtest, kannst du das Ganze machen. Sprich, du kannst hier auf die Seite gehen, Buy Token Now und dann hast du die Möglichkeit mit Deferium, Bitcoin, XRP, äh, BNB, USDT kommt noch, TRX und USDC. Ähm, ja, hier schon Token zu kaufen, 0,225 USD ist momentan ein Token. Und, ja, das Ganze kannst du hier auf der ICO-Seite kaufen, werde ich dir auch noch unten in die Videobeschreibung packen. Und, ja, was bietet jetzt UpTota? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass UpTota in Afrika eine Lizenz bekommt, dann haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, es gibt ja dann den UpTota-Token. Und was kannst du mit dem Ganzen machen? Ich vergleiche das Ganze jetzt ein bisschen mit Crypto.com, weil wir das Ganze schon von da kennen. Und zwar haben wir hier auch ein Kartensystem, und zwar Cashback-Karten. Und ich habe ja auch schon ein paar Videos über die Crypto.com-Cashback-Karte gemacht. Und ich glaube auch, dass hier bei der UpTota-Cashback-Karte doch schon einige Vorteile drin liegen. Wir haben hier auch, wie wir es eben schon von anderen Exchanges kennen, diese ganzen Karten mit Monthly Cap, also Rewards Cap. Dann bekommst du die Rewards im UpTota-Token, also dem UpTota-Token. Und dann musst du da auch, ja, deinen Tokens locken. Bei Silber sind es 150.000, bei Gold, 5.000 Platinum und 15.000 US-Dollar bei Black. Und hast natürlich dann auch diese Cashback-Rewards. Und je nachdem, welche Stufe du hast, wie sehr du in den UpTota-Token dann auch vertraust, ja, können sich diese verschiedenen Stufen eventuell für dich lohnen. Diese Karte für dich lohnen. Gibt auch noch eine Grey-Karte, wo du einfach diese 1% Rewards hast. Das heißt, genau, das Ganze kennen wir ja auch schon von anderen Exchanges. Und ich komme da auch später noch drauf zurück. Und dann haben wir auch noch die Pay-Funktion, und zwar die Bridge between Fiat und Krypto. UpTota bietet dann natürlich auch eine On- und Off-Ramp und dann auch ein Pay-System. Und das Ganze kann natürlich sehr, sehr interessant werden für Leute im afrikanischen Raum, die noch gar keinen Zugang zu einem Bank-Account haben und dann beispielsweise vielleicht dann UpTota benutzen. Erstens brauchen sie für geringere Gebühren dann diese UpTota-Token. Sprich, wir haben dann wahrscheinlich sehr viele UpTota-Token. Das Ganze ist jetzt natürlich nur, ja, einfach mal so gedacht. Ja, natürlich so eine kleine Spielerei, wie wir es so ein bisschen kennen. Haben doch einen großen Teil an Leuten, Tokenhaltern, die diese Token wahrscheinlich locken, um beispielsweise eben für die Karten da bessere Cashback-Rewards zu haben. Und auch sonst, wenn du die Plattform viel benutzt, kann sich der UpTota-Token da natürlich lohnen. Denn je nachdem, ja, wie gut das Projekt dann auch an den Start geht, wie viele Leute das Ganze benutzen und was das Ganze mit den Lizenzen hinhaut, ich glaube, dann haben wir hier, könnten wir, hier natürlich eine sehr, sehr schöne Upside haben. Das Ganze ist natürlich immer mit Risiko verbunden bei solchen, ja, neuen Projekten sowieso. Aber ich glaube, UpTota macht da schon sehr, sehr vieles richtig, lernt auch sehr viele Fehlern, was andere Exchanges schon gemacht haben und immer noch unter den Konsequenzen leiden. Und zwar, dass sie einfach schon von Anfang an transparent sind und dass sie auch sehr viel anbieten. Wir sehen das Ganze hier dann auch, wir haben einen Token wie jedes andere Projekt, wie ein Binance, wie ein Krypto.com. Du siehst ja auch noch das Ganze zum UpTota-Token. Wir bekommen da auch noch ein schönes Tokenomics-Paper. Dann haben wir auch eine Exchange, sprich eben, es ist ja eine Exchange. Und wir haben hier Crypto-Landing, Boeing, sprich wir haben hier Landing und Boeing schon in dieser App dann. Es gibt dann auch eine App von UpTota, welches wir benutzen können. Und das Ganze mit Staking, mit einer Fiat-On- und Off-Ramp, P2P-Transactions, Krypto-Convert und Krypto-Wallet haben wir für Leute, die bis jetzt, müsst ihr jetzt nicht nur aus unserer Sicht, aus der europäischen Sicht denken, sondern für Leute, die noch keinen Bank-Account haben, haben wir dann auf einmal Krypto-Staking, also wo sie Kryptowährungen, ja, erhalte, also, ja, erwerben können, diese Staking können, Renditen darauf bekommen. Dann das ganze Landing-Bowering-Thema könnte da auch sehr, sehr interessant werden. Dann sowieso auch für uns und auch, ja, für alle Leute, die UpTota dann benutzen werden, eine Fiat-On- und Off-Ramp ist so wichtig bei einer Exchange, dass ihr einfach eine schöne, funktionierende On- und Off-Ramp hast, dass es auch für alle Leute einfach ist, Geld einzuzahlen und auch wieder abzuheben. Hast ein Krypto-Wallet, wo du halt einfach deine Kryptos drin halten kannst und eben auch beispielsweise in Staking packen kannst. Und halt nur schon die Funktion, dass du auch auf UpTota traden kannst. Ich selbst bin nicht der großartigste Trader, aber du hast Spot-Trading, Futures und Margin-Trading und, ja, kannst hier auch auf UpTota traden. Eben, wir müssen das Ganze auch mal aus afrikanischer Sicht, aus Leuten, die noch keinen Bank-Account haben, 65%, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind sehr viele Leute, die, ja, dann auch anfangen können zu traden. Und, ja, jetzt kommen wir auch, vielleicht denken sich auch ein paar Leute, okay, ja, die haben ja gar keine Ahnung von der Blockchain, von der ganzen Kryptotechnologie. Und zwar macht UpTota, die haben sehr viel schon, da ist jetzt ein Coming Soon dran, schon sehr viel gedacht. Und zwar gibt es eine Academy, wo sie Schritt für Schritt erklären, was Blockchain ist, was sind die Token, was kannst du mit den Token machen, wie funktionieren die ganzen Funktionen. Und das Ganze ist sehr, sehr wichtig, wenn du so eine neue Exchange aufbaust, dass du nicht nur die Profis, die dann das Trading beispielsweise benutzen, ansprichst, sondern auch die Leute, die dann eine Pay-Funktion, dass sie mit UpTota payen können, dass sie, ja, einfach ihre Tokens staken können, einfach mit UpTota vielleicht mit der Cashback-Karte Cashback generieren, dass du auch diese Leute ansprichst und da auch eine Academy hast, sprich Lernvideos etc., wo die Leute sich drüber informieren können, was sie auf UpTota alles machen können, was, ja, da alles möglich ist. Und da macht UpTota schon sehr vieles richtig, was viele andere Projekte, meiner Meinung nach, vielleicht am Anfang, wo es wahrscheinlich auch noch nicht so wichtig war, ja, nicht gemacht haben. Und da haben sie natürlich schon einen Vorteil, weil sie das von Anfang an machen. Und ich glaube, da ist sehr viel Enthusiasmus dabei bei UpTota. Und ich freue mich sehr, euch vielleicht dann auch später, wenn euch das Projekt interessiert, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, auch noch mehrere Videos zu dem Projekt zu machen, weil ich finde das Ganze sehr, sehr interessant. Sowieso wieder ein Projekt, wo wir wieder diese Cashback-Karten haben. Da sind ja sehr viele von meinen Zuschauern auch Fan davon, von diesen ganzen Cashback-Karten und ich selbst auch. Und wenn ihr da mehr zu diesem Projekt erfahren wollt, weil momentan ist das ICO, wenn ihr da ein bisschen Updates haben wollt, schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Ich würde euch da gerne auf dem Laufenden halten, wenn euch das Ganze interessiert. Und wenn ihr Fragen zu einem Projekt habt, schreibt mir das Ganze sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich weiß, es ist ein neues Projekt, ein Projekt, was an den Start geht. Es sind natürlich immer Risiken dabei bei solchen Projekten, das muss man immer sagen. Trotzdem sehe ich auch eine riesen Upside, so ist er auch im UpTota-Token, wenn wir daran denken, dass dann viele Leute, die das dann täglich benutzen, bei welchen es fast keine andere Möglichkeit gibt, beispielsweise als dieses Projekt zu nutzen, um mit Karten zu bezahlen etc., die halt keinen Banken besitzen. Da sehe ich eine riesen Upside drin, dass der UpTota-Token nicht gerade abverkauft wird, sondern dass dieser halt gelockt wird, gehalten wird und so der Preis stabil und vielleicht sogar in die Höhe schießen kann. Das Ganze sind nur Vermutungen und ich kann natürlich vielleicht jetzt in ein paar Monaten anders aus oder sogar noch viel besser oder viel schlechter, das können wir jetzt natürlich nicht sagen. Aber trotzdem finde ich das Projekt sehr, sehr interessant. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr darüber berichten, sprich, wenn euch das ganze Projekt interessiert, schreibe mir das Ganze in die Kommentare. Wenn du Fragen dazu hast, schreibe mir die auch gerne in die Kommentare, dann kann ich auch bald mal ein Update-Video dazu bringen. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Link zu UpTota unten in der Videobeschreibung. Die ganzen Links, alles was du dazu wissen musst. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ganz schönen Tag, dein Schnaschnuk.